hallo und herzlich willkommen zurück bei pokémon blattgrün wir haben letzten paar hat uns so einigermaßen genau auf den weg hierher gemacht kurz mal die karte rausgeholt wir sind in fuchsania city und wir machen zuerst dieser wahrenzone geben diesen werter seine cd zurück die er verloren hat da wollte ich nicht rein ich hoffe das werde ich jetzt auf die reihe bekommen weil ich habe das nie geschafft in der vorgegene zeit dadurch die zu haben weil ich nie wusste wo ich lang musste dann hat mein bruder auf mich war ich denke ich brauche sehr viel super schutz vorbereitung ist eine reise topschutz ist das ja das kann ich natürlich mitnehmen reich stück andere stück warum nicht ich meine im letzten paar angehört ich bin reich also was soll's wenn ich mal kein geld mehr habe was hier das halt hast du wenn ich verfolge verschenke ich sie wenn ich zu viel zu hause bin wo ist bloß mein freund ehrlich hingegangen als erik das gesagt hat die sara ohne die karte zentrum ich habe schon 80 schritt am schnittgang sollte mal aufpassen aber ist ja nicht so wild ist ja nicht so wild hängig hingekotet ok real 1 westenzentrum platz stein gefunden ok da liegt was im gras sonnentag ich bin echt cool top genesung wunderbar das kann man immer gebrauchen was ist hier aus das video ich habe heute sehr viele schritte tipps für trainer ich bin schlecht tipps für trainer finde das geheime haus dann gibt es eine vm diese vm dürfte stärke sein oder auch nicht wenn schutz nicht mehr weg sind wir sowas von am arsch und genau in ein rihorn reingelaufen hm ich versuche einfach mal zu fangen ok muss wohl in der normalen zeit irgendwie scheiß drauf ich brauche eigentlich gar kein rihorn ja wett fett du mistfee ach weißt du was alter ach ach hm ich bin pro losgelalter yes nein ach leck mich und jetzt nicht mehr jetzt bist du hässlich für mich ja du bist für mich gestorben ich habe noch breit ja ja ich bin schlecht ich weiß ich weiß ich weiß ich bin schlecht das aber nur weil ich diese 80 schritte gleich verdattelt habe ach warte mal nein fuck wie Jungs das kann jetzt ein bisschen lange dauern das kann jetzt ein bisschen lange dauern komm schon die duri nein ich will dich jetzt warum sollte ich machen komm schon bitch ja ja nein nein das ist echt nicht lustig oder überhaupt in irgendeiner vase komisch weil es bleibt ich werde leider aber dass wir nicht haben ich will es einfach haben verdammt nein du fließt mir nicht eigentlich fangen wie steht die chance dass ich nur die durina und 31 finden kann fangen kann und verdammt nochmal gegen ein nido rino ob er wird 31 auf komm schon komm schon hä ach das füge ich auch extra noch mal ins mikro yes bäm wunderbar nein dann muss ich mich extra noch eins fangen nachher ich kann jetzt auch einfach so durchlaufen ohne die items einsammeln zu müssen weil ich ja schon viele viele kurz eingesammelt habe und lang ich habe ja noch 80 Schritte oder so überhaupt mich jetzt hier scheiße schutzweg nicht mehr okay wir haben schon die hälfte an unseren schritten verballert top beleber okay das ist geheim haus i think ich hoffe es sogar das ist das geheim haus oder das rastos scheiße ich muss doch schon ich glaube ich habe mich voll verduselt nein ich muss da oben langer ich kann das nicht die fehlende woche der welt das alles schiefe scheiße goldzieher finde ich so gekriegt ich gehe jetzt noch mal rein jetzt schaffe ich das ich weiß es ich schaffe konzentration bettisch please ich muss das hier schaffen so einfach stuhl durch die wand so jetzt erstmal richtig schön auf dem boden gerotzt und wir radeln sinnlos durch die gegend wie gesagt ich habe das immer von meinem bruder machen lassen ich war damals einfach zu faul oder zu doof je nachdem top schieden endlich du bist der erste das geheime ausgefunden ich dachte schon jemand würde in großen preis noch die wenden glückvoll schluss geworden die spieler ist er verletzt und technik kann man kann das überfassert das beste ist aber dass diese form zu benutzen hat sie sagte willst ja okay es ist nicht erinnert bis ein glückspilz kohlen kohlen noch mal kurz in die kompetenz wurde und okay und ich warte auch nicht lange mit dem verlieben dieser vm da war das jetzt unten hier oben war es weil es war auch sehr stark an sich eine sehr starke wassertag ist und ich mache sehr viel schaden ich kann ich wohnen ruhig mal schocker weg verschenken will er und kann ich nicht irgendwie passiert immer so machen und das war es für die safari-zone alle die sie die für das können die aber die witzte verlaufen nur alle aber ja es hat man gemerkt ich fand es so nicht riesig nicht erläutern für sie ist sie die kobe oder kobe hält hier gelegentlich wache dahin können wir hier in sicherheit spielen ein bisschen alter mann mit fast platze und du willst hier spielen man schutzweg nicht mehr auch komme gelegen kein perfektes von wenn ich mal im kampf wird zum beispiel das habe ich schon weg hier wie du an ich hab schon die durina auch wenn ich jetzt gesagt habe ich will verformatmen will ich auch aber das tue ich euch an das tue ich euch einfach an ich tue so einfach an ich habe einen druck hier ich habe einen druck hin und du bist wieso nicht scheißegal die sterben woher ich habe ein nido rino ihr dreckigen huren söhne ich hab ein nido rino doch meine zeit ist um und ich habe wackel und weiß auch nicht wird hier auf meinem stuhl um so aber himmelbändig auf dem fort ich hoffe es hat euch nicht gefallen ich hoffe ihr hattet spaß kann man das so sagen ich hoffe es geht euch nicht auf die nerven mit meinem das brauche ich und wir sehen uns im nächsten part wo wir die arena bewältigen werden oder welchen wollen ich weiß ja nicht aber ich kann ja nicht in die zukunft sehen oder bis zum nächsten part auch rein viel spaß noch